Ich rufe Tagesordnungspunkt 82 auf, Aktuelle Stunde Fraktion der AfD, Aufnahmestopp von Migranten in Hessen, Drucksache 20 9343. Das beginnt der Kollege Volker Richter, AfD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ein jeder mit dem Herz am richtigen Fleck wird helfen wollen, wenn ihm Not und Elend begegnet. Nur kann man leider nicht jedem helfen, sondern muss mit seinen Kräften und Ressourcen schlicht haushalten, weil man sonst keinem mehr helfen kann. Die Presse stellt das, was wir derzeit als Flüchtlingskrise XXL erleben, und das völlig zu Recht. Wir erleben eine Fluchtbewegung von Hunderttausenden Menschen über die Balkanroute und die Türkei. Wiederum flieht man aus der Ukraine vor Krieg und Terror und aus Russland, um sich nicht in der Ukraine als Kanonenfutter verheizen zu lassen. Es zeigt sich jetzt ganz genau das, was wir als Alternative für Deutschland schon lange aussagen. Die in Deutschland und auch in Hessen betriebene Flüchtlingspolitik ist spätestens seit 2015 nicht nur inhuman. Da sie nur wenigen hier statt vielen vor Ort hilft, nein, ihre Flüchtlings- und Migrationspolitik führt unser Land auch weit über die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit hinaus. Ergebnis ist, dass bei einem Krieg auf dem eigenen Kontinent, so wie wir ihn derzeit leider erleben, die Möglichkeit der Hilfe dann vollends zu einer Überforderung des Bundes, der Länder und der kommunalen Selbstverwaltung führt. Deutschland und damit auch Hessen stehen kurz vor der absoluten Überlastung. So fordern wir als AfD in dieser Aktuellen Stunde einen sofortigen Aufnahmestopp von Migranten in Hessen. Hierzu gehört dann auch das Finden von Lösungswegen für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, sodass es weder zu einer Konkurrenzsituation unter den Flüchtlingen noch zu einer Konkurrenzsituation zwischen Flüchtlingen und der hiesigen Bevölkerung kommt. Wenn die Innenministerin in Bezug auf die Flüchtlinge aus der Ukraine davon spricht, dieser humanitäre Kraftakt ist immer schwieriger zu bewältigen, je länger dieser furchtbare Krieg anhält, dann bestätigt das eben die von mir genannte Position der AfD, Flüchtlingen immer direkt vor Ort zu helfen. Dies in der Vergangenheit konsequent durchgeführt, hätte uns heute in eine weitaus bessere Ausgangslage zur Hilfe von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine gebracht. Somit zeigt sich auch hier auf, dass die linken Luftschlösser genauso wie beim Klimawandel und der Energiepolitik auch bei der Flüchtlingspolitik gnadenlos geplatzt sind. Wenn dann noch in einigen kommunalen Selbstverwaltungen unseres Landes tatsächlich darüber nachgedacht wird, Wärmehallen für den Winter aufgrund fehlender und mittlerweile auch unbezahlbarer Energie zu schaffen, dann zeigt sich das gesamte Versagen in einer Erosion unserer Gesellschaft. Ohne Frage treiben diese Sorgen auch Herrn Staatsminister Beuth um. Er weiß um das Überlaufen von Unterkünften in unserem Land, er weiß um die finanzielle Belastung der Kommunen, er weiß um die Umschichtung der Asylrücklage im Bund und vieles mehr. Deswegen hat er auf Frau Faeser Druck ausgeübt. Herr Staatsminister Beuth hat aber leider nicht eingefordert, dass endlich die Pull-Faktoren beendet werden, welche immer mehr Flüchtlinge nach Deutschland und Hessen kriegen. Nein, Herr Staatsminister Beuth hat mehr Unterstützung durch den Bund eingefordert. Was das bedeutet, müssen die Bürger unseres Landes, die hessischen Bürger, unbedingt erfahren. Es wird versucht, die Wirkungen einer völlig verfehlten Flüchtlingspolitik weiter durch die Steuergelder der Bürger unseres Landes abzufedern, der Bürger, die bereits völlig überlastet sind. Herr Staatsminister Beuth, liebe hessische Landesregierung, fassen Sie Mut. Gehen Sie Ursachen und nicht Wirkungen an. Denn es ist doch mittlerweile so, dass in vielen kommunalen Selbstverwaltungen allein schon in diesem Jahr doppelt so viele Flüchtlinge untergebracht werden als im gesamten Jahr 2015. Da kann man in Hessen doch nicht die alleinige Verantwortung nach Berlin schieben. Wie immer ist es aber so, im Kern betreiben Sie alle hier im Haus die gleiche Politik, wenn Sie regieren. Sind Sie in der Opposition, tun Sie so, als würden Sie genau das Gegenteil von dem wollen, was Sie zuvor durchgesetzt haben. Dieses parteienpolitische Karussell wird aber nicht mehr funktionieren, meine Damen und Herren. So braucht es nur eine einzige Aussage nach dem Flüchtlingsgipfel. Bund, Land und Kommunen sind nicht mehr in der Lage, die Flüchtlings- und Migrationspolitik der Vergangenheit vorzusetzen. Ihre Migrations- und Flüchtlingspolitik ist bescheitert, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Kollege Pürsün, FDP-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Migration ist Notwendigkeit und Chance für die deutsche Wirtschaft. Wir müssen jetzt die Weichen stellen, um der Demografie entgegenzuwirken. Dieses Zitat stammt nicht von mir, sondern von Janina Kugel. In einer Studie zeigt Kugel gemeinsam mit Johann Hanos, dass Deutschland 85 Milliarden € im Jahr durch Personalmangel verliert. So viel Geld wie kaum ein anderes Land. Noch viel schlimmer ist, Deutschland ist in einer schlechteren Position als andere Länder Migrantinnen und Migranten als Arbeitskräfte zu gewinnen. Was will die AfD mit der Überschrift der Aktuellen Stunde eigentlich sagen? Wollen Sie Deutsche davon abhalten, nach Deutschland kommen zu können? Wollen Sie Engpässe schaffen, sodass Deutsche nicht mehr in Deutschland versorgt, beliefert, behandelt, gepflegt, bedient, erzogen, ausgebildet werden können? Wer Deutschland liebt, will das nicht, die AfD anscheinend schon. Ich werde über die Weichen, die wir stellen müssen, reden. Ein richtiger Schritt wurde unlängst durch die Bundesregierung mit dem Chancenaufenthaltsrecht eingeschlagen. Es ist der Aufschlag für einen umfassenderen Paradigmenwechsel im Bereich der Migrationspolitik. Gut integrierte Menschen werden damit zukünftig leichter die Chance haben auf ein Bleiberecht. Zugleich helfen Sie dem akuten Arbeitskräftemangel zu begegnen. Weiterhin brauchen wir ein Einwanderungsgesetz. Hier setzen wir Freie Demokraten uns für ein Einwanderungsrecht ein, das zwischen Asyl, Flucht und qualifizierter Zuwanderung nach kanadischem Vorbild unterscheidet. Für die qualifizierte Einwanderung sind jedoch klare Kriterien notwendig. Einerseits soll die Blue Card als Kerninstrument der Fachkräfteeinwanderung mit Arbeitsplatzangebot überarbeitet werden. Andererseits möchten wir eine Chancenkarte einführen, die nach kanadischem Vorbild durch ein Punktesystem gestaltet wird. Zu den Kriterien, die im Rahmen dieses Punktesystems von Bedeutung sind, zählen beispielsweise Berufsqualifikation, Sprachkenntnisse und Bildungsgrad. Mit der geregelten Migration in weiterseitigem Interesse haben wir die Grundlage zur Unterbindung der illegalen Migration. Diese gilt es stärker zu bekämpfen. Zur Aufnahme von Geflüchteten gehört auch die Abschiebung. Hier muss mehr geschehen, unter anderem auch mit Herkunftsländern. Es kann nicht sein, dass vor allem gut integrierte Menschen mit geordnetem Erwerbsleben abgeschoben werden. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wollen betonen, für die Aufnahme Geflüchteter sind die Bundesländer zuständig. Aktuell steigen die Zahlen sehr schnell. Viele Kommunen fragen sich, wie sie das stemmen sollen. Wir fordern die Landesregierung auf, die Kommunen bei den anstehenden Herausforderungen nicht alleine zu lassen. Dazu gehören auskömmliche Kostenerstattung sowie das Abfedern der Ankünfte über die Erstnahmeeinrichtungen. Die Überforderung der Kommunen wie im Jahr 2015 darf sich nicht wiederholen. Beifall CDU und BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Ein festes Verteilsystem ist von zentraler Bedeutung. Denn alle Länder der EU haben zusammen eine Verantwortung für die Aufnahme der Geflüchteten in der EU. Vielen Dank, Kollege Bössin. – Jetzt hat das Wort der Abg. Rolf Kahnt. Sehr verehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wieder einmal lässt die AfD-Fraktion ihrem Hass und ihrer Hetze gegenüber in höchste Not geratenen Geflüchteten freien Lauf. Statt Putins Verbrecherinnenkrieg zu verurteilen, will sie Schutz und Hilfesuchenden Opfern den Zugang zu unserem Land verwehren. Hemmungs- und skrupellos setzte sich darüber hinweg, dass der Ukraine-Krieg, die Energiekrise und die Zuwanderung den solidarischen Zusammenhalt aller verlangt. Fest steht, zu unserer Solidargemeinschaft gehört die AfD mit ihren abstoßenden Vorstellungen nicht, weil sie unsere Werte nicht teilt. Mehr als eine Million ukrainische Kriegsflüchtlinge haben in Deutschland Zuflucht gefunden. Zudem meldet das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge einen Anstieg von Asyl-Erstantragsstellern um 35 %, die zumeist illegal über die Balkanroute nach Deutschland einreisen. Bund, Länder, Kreise und Städte stoßen nun an Belastungsgrenzen, wie sie für eine menschenwürdige Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten sorgen können. Verschärfend ist, Erstaufnahmeeinrichtungen wie auch Landesunterkünfte sind nahezu vollbelegt. Auch der freie Wohnungsmarkt ist praktisch leer. Um die Not von Geflüchteten zu lindern, führt notfalls kein Weg daran vorbei, Zelt- und Containerunterkünfte aufzustellen, wobei es langfristig nicht zu einem Dauerzustand kommen darf. Helfen wird, dass die Bundesregierung zusätzliche Immobilien für die Unterbringung von Flüchtlingen zur Verfügung stellen will. Auch bei der für November angekündigten Bund-Länder-Runde ist auf eine notwendige Finanzierungszusage des Bundes bei der Verteilung nach dem Königsteiner Schlüssel zu hoffen. Bei diesem Treffen wird die Überzeugungskraft des Ministerpräsidenten eine ausschlaggebende Rolle für Hessens Belange spielen, abschließend. Die aggressive Versalie der AfD bietet keinen Lösungsansatz, die Not von Geflüchteten zu lindern. Wir dagegen setzen auf solidarische Lösungen, die der Bund in Zusammenhang mit Ländern und Kommunen umsetzen wird, sodass eine menschenwürdige und vor allen Dingen auch Versorgung von Geflüchteten gesichert sind. Zu dieser Verpflichtung stehen wir genauso wie zu einer Politik, die fundamentale Menschenrechte achtet und schützt. – Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Kahnt. – Es gibt keine weiteren Wortmeldungen mehr. – Dann ist diese Aktuelle Stunde erledigt. – Ich setze prophet boys zusammen und im AnGE.